Guten Tag, mein Name ist Alfred Siegel und willkommen im Team Inachtrichter. Wir beginnen mit Raub. Heute, am Morgen, versuchte der junge Mann zu berauben gegen die Maschine. An der Ort ist unser Reporter Mario Tarpes. Danke Alfred, ich bin an der Tarpot. Eine Bursche hat ausprobiert eine Kärrimaschine ausrauben. Glücklicherweise, welcher Polizist hat getroffen in der Zeit. Hallo, ich heiße Matthias Rand, ich bin in Mikulajski-Gymnasium. Ich denke, ich wollte eine Kärrimaschine ausrauben, Hilfe. Ja, ja, wir schicken einen Polizisten. Bleiben Sie ruhig. Polizisten, polizisten, polizisten! Was können Sie sagen? Am gestern Abend, im Prinzip, ein Jubel versucht eine Kärrimaschine berauben. Zum Glück, dieser Jubel hat gestocht und er hat verhaftet. Er ist jetzt in die Hauf und er wartet, am Einladung den Prozess zu starten. Er wartet den Arrest von einem zu drei Jahren. Dankeschön. Und was können Sie sagen? Hau auf! Ich habe nichts zu machen. Ich bin unstehlich. Hau auf! Vielen Dank. Das Weitere ist nicht passiert. Zwei Mörder, viele Unfalle, aber Sie wissen, dass es. Dankeschön und Gute Nacht. Dankeschön und Gute Nacht.